Ohrenqualle Animals Tiere Natur Selmkenzi Selzamkenzi Autor de Selzamkenzi Die Ohrenqualle, Aurelia Aureta, gehört zur Klasse der Schirmquallen, Scyphozoa, innerhalb der Nesseltiere, Knideria. Sie ist nahezu weltweit in den Ozeanen von etwa 70 Grad Zeichen Nord bis etwa 55 Grad Zeichen Süd verbreitet. Sie kommt auch an der deutschen Nordseeküste vor und ist inzwischen auch in weite Bereiche der Ostsee vorgedrungen. Die Fortpflanzung findet in der westlichen Ostsee bis in die südliche Boddensee statt. Neuere molekular-genetische Untersuchungen deuten aber darauf hin, dass es sich um einen Komplex von mehreren kryptischen Arten handelt. Aussehen Foto von zwei Ohrenquallen Ohrenqualle Foto von zwei Ohrenquallen, eine davon in Seitenansicht Seitenansicht Die Ohrenqualle hat einen flachgewölbten Schirm, der ungefähr 20 bis 30 Zentimeter groß ist, mit vier ringförmigen Geschlechtsorganen in der Farbe braun-rot und vier gardinenartig hängenden, bräunlichen Mundarminen. Der Schirm ist weiß bis gelblich. Fortpflanzung Die Ohrenqualle beginnt nach der Befruchtung mit der Eiabgabe ins offene Wasser. Die Eier durchlaufen die Frühentwicklung, an deren Ende sich aus der Gastrula die sogenannte mobile Planularlarve bildet. Diese bewegliche Larve dreht sich mit der Mundöffnung nach oben und setzt sich am Boden fest, Sessileplanularlarve, und bildet dort einen Polypen, welcher sich durch seitliche Knospung oder Strobilation, Abschnürung, vermehrt. Durch die Strobilation entstehen Ephyralarven, die nur wenige Millimeter groß sind, eckige Klammer auf einseckige Klammer zu. Diese wachsen anschließend zu reifen Medusen heran. Fortbewegung Quallen schwimmen durch eine sich zusammenziehende Bewegung ihres Schirmes, bei der sie nach dem Rückstoßprinzip gleichzeitig Wasser nach unten ausstoßen. Dabei bewegen sie sich schräg nach oben, um sich danach wieder etwas nach unten fallen zu lassen. Sie schwimmen daher oft nahe der Wasseroberfläche. Mit diesem Prinzip können sie bis zu 10 Kilometer pro Stunde zurücklegen. Oft lassen sie sich jedoch auch einfach mit der Strömung treiben. Besonderes Bei der noch nicht ausgewachsenen Meduse, genannt Erführer, kann man unter dem Lichtmikroskop ein sogenanntes Ropalium in den Tentakeln erkennen. Dieses Ropalium besteht aus einer Linse, um Lichtreize wahrzunehmen, und einem Statolith, der sich bei Verlagerung der Qualle bewegt und so der Qualle mitteilt, in welcher Position sie sich befindet. Die Ohrenqualle besteht zu 98,2 Prozent aus Wasser.